und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freund des gepflegten klemmbausteinbaus ich habe heute mal wieder ein set von modbricks für euch mitgebracht und zwar die artikelnummer 18269034 und zwar die eroberung von ohama beach aus der nano solideos reihe 723 teile hat dieses set und ich hoffe ich muss jetzt nicht anfangen euch zu erzählen warum dieser angriff diese operation overload so wichtig war für die welt geschichte und damit der übertritt der alliierten auf gebiet der achsenmächte und wir können dieses wichtige stück geschichte tatsächlich jetzt mit klemmbaustein von modbricks nachbauen designt wurde das ganze von dem deutschen designer florian w und erhältlich ist das ganze im modbricks store für um die 16 euro es spiegelt natürlich die grundidee von klemmbaustein sehr gut wieder aus kleinen stein was kleines putziges bauen auch wenn hier natürlich das thema jetzt alles andere als putzig ist aber das ist für mich noch ein bisschen mehr klemmbausteine als diese riesen drei vier oder noch mehr tausend teile sets die jetzt meistens die top sets sind auch diese nano sets hier finde ich wichtig und richtig und freue mich deshalb sehr das ganze hier zu bauen die verpackung ist sonst nicht mehr allzu spannend bis auf die rückseite wo wir noch mal das kampfgeschehen aus einer anderen perspektive betrachten können aber ich würde sagen wichtig ist natürlich dann das set wie es gebaut aussieht und dementsprechend mache ich das ganze mal auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an schön ist wir haben klebesiegel an der box damit ist das ganze zerstörungsfrei zu öffnen die füllung könnte etwas besser sein ich würde sagen es ist ungefähr zu 60 bis 70 prozent gefüllt es ist alles noch im rahmen und auf den ersten blick haben wir für 16 euro hier wirklich eine gute menge an stein nicht nur von der teile anzahl 700 euro für den preis sind ja sowieso gut aber auch vom volumen sieht das nach nicht mal so wenig aus natürlich haben wir hier auch die latsch ugly rock pieces dabei die das ganze noch mal ein wenig aufbauschen aber wenn hier die steine qualität passt könnte das preislich ein richtig richtig gutes set werden über die steinqualität reden wir aber natürlich wie immer während des baus und dann haben wir natürlich noch die anleitung dabei dies für meinen geschmack fast ein bisschen groß für das set das ganze ist klammer gebunden die papierqualität ist auf jeden fall sehr gut die druckqualität ist auch in ordnung es könnte alles ein wenig schärfer sein und vielleicht etwas größer dargestellt aber ich denke danach wird es sich trotzdem gut bauen lassen ich glaube nicht bei dieser anleitung wird nichts ausgegraut sondern es wird alles weiterhin in vollfarbe dargestellt was gebaut wurde und insgesamt hat die anleitung 14 seiten was aber auch daran liegt dass wir hier verschiedene modellgruppen aufbauen können was nichts anderes bedeutet als wir können hier hinten den befestigungswall anders anordnen eben sechs verschiedenen kombinationen eine kleine liste gibt es leider dabei nicht und ich bin auf jeden fall mal gespannt wie es sich danach bauen lässt und ich würde auch sagen wir haben schon wieder genug gelabert dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann nach dem ersten wichtigen bauschritt wieder und wir sehen uns jetzt das erste mal nach ein wenig mehr als der hälfte des baus wieder wir haben zwei strand abschnitte fertig haben ein landungsboot fertig und auch einen kleinen panzer schon fertig gebaut da kann man nicht viel dazu sagen es ist jetzt nicht sonderlich detailreich es ist eben ein nano set und dementsprechend sie das landungsboot aus ich würde sagen es ist trotzdem noch völlig in ordnung als nebenstatist auf dem ohama beach und wir haben den panzer dabei auch der natürlich sehr minimalistisch aber ich denke man erkennt auf jeden fall was hier gebaut wurde und ebenfalls haben wir wie gesagt zwei strand abschnitte fertig jeweils immer aus dem wasser bestehend dann baugleich die zwei strand anfänge das finde ich ein wenig schade dass die nahezu baugleich sind ich finde da hätte man gerne ein wenig mehr variationen reinbringen können aber es steht ja auch nicht in irgendeinem gesetzbuch dass man das nicht selber noch mal umbauen kann und dann haben wir hier einmal den ball mit einem flack geschützt und eben einen direkt befestigten bunker mit einem mg das ganze ist auch ein wenig fassaden bauen also hier unten ist alles frei und man kann wie gesagt diese dinge auseinander ziehen und neu kombinieren wir haben jeweils immer die schwarzen pins an denen das ganze steckt und jetzt muss ich leider in einen mecker monolog verfallen und trotz alledem behaltet ihr bitte im hinterkopf dass ich bisher mit diesem set spaß habe das liegt vor allem am entwurf und andere sachen bringen mich jetzt zu meckern ich würde lieber sehr viel positives erzählen aber hey ich möchte euch ja das set zeigen so wie ich es auch wirklich erlebt habe der erste punkt ist die steine qualität das ist bei mod bricks ja immer ein wenig ein thema aber hier finde ich es echt extrem die steine sind sehr stark verkratzt wirken teilweise eher wie gebraucht das punkt 1 vom aussehen punkt 2 vom aussehen wir haben teilweise echt sehr sehr offensichtliche angusspunkte die sind teilweise echt so offensichtlich dass man denken könnte es ist ein deko element und ebenfalls so ein offensichtlicher punkt dieser slope und diese einmal einer plate genauso wie dieses geschütz sollen eigentlich dieselbe farbe haben und das ist ja wirklich auf so einem kleinen raum die mutter aller farbunterschiede also das finde ich leider sehr sehr schwach und weiter geht es dann mit der verbaubarkeit die verbaubarkeit ist grundsätzlich nicht sehr schlecht wir haben hier finde ich eine schöne klemmkraft zumindest bei den meisten steinen einige gehen dann sehr schwer zu verbauen wo ich eher mein problem habe ist wirklich dass hier einige teile echt mies entgratet worden sind wir haben teilweise echt noch solche grade hier an dem teil und meines erachtens noch viel schlimmer vom entgraten ihr seht das hier wir haben auf den noppen überstehende angusspunkte und die tun dann natürlich beim andrücken wenn man nicht so richtig hinschaut weh ich meine man verletzt sich da jetzt nicht ernsthaft aber trotzdem sowas muss besser gehen meiner meinung nach sind wir jetzt in einer zeit in der sowas auch bei einer klemmbaustein alternative ein klarer qualitätsmangel ist und schon wirklich ein dicker minuspunkt klar in den anfängen der alternativen klemmbausteine war sowas normal aber jetzt eben nicht mehr da muss nachgearbeitet werden und die steinequalität ist in diesem set wirklich so dass ich denke wenn ich jetzt immer lego gebaut hätte und das als erstes alternatives set baue dass ich danach immer noch der meinung bin dass nur lego gute steine herstellen kann und das ist schade denn so viele hersteller da draußen zeigen ja dass es viel viel besser geht teilweise besser als lego teilweise mindestens auf dem niveau und teilweise nur ein wenig schlechter und das hier ist leider wirklich weit darunter angesiedelt ich meine ich habe dieses überstehende teil von einem brick entfernen müssen also das ist einfach zu viel und das nächste problem haben wir dann in der anleitung an sich ist es gut in die bauschritte unterteilt das ist jetzt nicht das große problem mein problem ist da eher die qualitätskontrolle ähnlich wie bei den steinen wir haben nämlich ein zwei stellen in der anleitung wo sachen rot umrandet werden die eigentlich gar nicht gebaut wurden und die sachen die gebaut wurden in dem bauschritt dann nicht rot umrandet wurden das kann man natürlich mit überlegen wieder ausgleichen und kommt dann auf den richtigen weg und ich habe auch nichts gegen etwas schwierigere anleitungen es ist aber ein unterschied ob eine schwierigkeit durch einen qualitätsmangel entsteht wie in diesem fall denn es wird nun mal nichts ausgegraut und neu gebaute teile werden rot umrandet dargestellt oder ob eine anleitung generell etwas schwieriger aufgebaut wurde hier soll die anleitung eigentlich nicht schwierig sein und wird durch einen fehler dann schwierig und das ist dann eben wieder ein qualitätsmangel was sehr schade ist und auch die farbwiedergabe ist echt eine katastrophe in der anleitung es ist wirklich schwierig teilweise dieses dunkle beige von diesem dunklen grau zu unterscheiden und der absolute hohen hat dann bei diesen runden blumenteilen hier gefolgt ich meine schaut euch mal diesen teil hier an wir verbauen diese grünen blumenteile auf diesem grünton wie gesagt hier wird nichts ausgegraut oder verplast dargestellt jetzt könnte man natürlich denken wie ich auch dass es sich in diesem fall natürlich um diesen grünton hier handeln muss denn in der anleitung ist der ja wirklich nur unwesentlich heller als dieser dunkle grünton der unten verbaut ist ist aber falsch da hätten diese grüntöne hierhin gemüsst und die sind noch dunkler dargestellt denn die dunklen blumen sind dann noch dunkler dargestellt als die grundlage und dann macht es überhaupt keinen sinn mehr und man baut wirklich viele bauschritte bevor man diesen fehler bemerkt verzeiht mir bitte dass ich da nicht noch mal alle blumen abgerupft habe denn man bemerkt diesen darstellungsfehler wirklich erst auf ungefähr diesem level des bauzustandes es ist jetzt nicht kriegsentscheidend ob hier eine helle blume ist oder eine dunkle aber das kann natürlich auch bei anderen sets passieren wo es viel viel ärgerlicher ist wenn so etwas vertauscht wird deshalb auch hier muss modbricks auf jeden fall nacharbeiten und wie gesagt ich habe jetzt hier viel gemeckert nach und nach und das damoklesschwert über diesem set sind leider qualitätsprobleme die konstruktion ist an sich wirklich gut da habe ich nur einen kleinen kritikpunkt gehabt und zwar dass diese plates die wir hier verbauen nicht noch einmal unterfüttert werden denn wir bebauen die ja noch mit ein wenig klein kram und da ist es öfter passiert dass man die plate ganz schnell nach unten durchdrückt da hätte man bei der konstruktion gerne noch eine zwischenstrebe einführen können aber sonst ist hier konstruktionsmäßig an sich echt nichts zu bemängeln also ich würde sagen das war ein sehr ausführlicher zwischenbauschritt ich denke aber es war nötig und ich baue jetzt natürlich weiter hoffe dass die qualitätsprobleme dem set nicht noch mehr schaden und hoffe dass ich auch bis zum ende mit diesem set spaß hatte denn so groß wie die qualitätsprobleme sind so haben sie mir noch nicht komplett die laune vermiest wir sehen uns auf jeden fall gleich mit dem fertigen set wieder und damit ist dieses kleine nano soll ich aus die rama auch schon fertig eine kleine korrektur noch ich habe am anfang erzählt wir haben ein boot bzw ein landungsboot gebaut aber wir haben natürlich zwei landungsboote gebaut das war mein fehler beide landungsboote sind also baugleich ihr habt da jetzt also nichts verpasst während des baus ansonsten haben wir jetzt noch den dritten strandabschnitt gebaut das ist der den ihr ganz links seht und dann kann man natürlich auf diesem diorama hier noch seinen panzer und die zwei landungsboote irgendwie präsentieren wie es für einen persönlich sinn macht genauso frei kann man auf diesem kleinen nano diorama auch die figuren bzw soldaten platzieren wir haben eine ganze menge hier dabei und zwar viele von den stehenden soldaten jeweils in grün und eben in dunkelgrau für die alliierten und eben die achsenmächte und wir haben auch jeweils in grün und dunkelgrau noch mal zwei liegende soldaten mit dabei die ich jetzt hier eben auch auf diesem diorama mit platziert habe die müssen wir ja noch aus den trägern rausbrechen da bin ich nie ein großer fan davon aber bei diesen kleinen soldaten macht es durchaus sinn und man kann dem diorama im endergebnis nicht absprechen dass es schön aussieht das auf jeden fall mein problem sind wirklich noch die qualitätsprobleme ich habe euch das ja wirklich lang im zwischenbauschritt durchgekaut ich möchte das jetzt nicht noch mal groß wiederholen aber es geht dann natürlich um die steinequalität vom aussehen auch teilweise von der klemmkraft und vom verbauen das ist noch dazu gekommen dass hier einige sachen sehr leicht doch auseinander fallen und es geht um diese scharfkantigen steine genauso die probleme die es mit der anleitung gab die anleitung war generell sehr merkwürdig zu bauen hatte er den anschein einer mock anleitung und da muss man dann eben doch den designer mit in die pflicht nehmen das set am ende ist natürlich schön und auch als diorama passend aber es hat durchaus seine probleme auch in der anleitung und ich gehe davon aus dass das vom designer ausgegangen ist wo ich auch noch von der konstruktion des sets meine probleme mit habe ist dass wir die strandteile nicht noch mal gegen kontern können die sind wirklich nur hinten an den pins gehalten und dann wappelt das hier rum genauso wie hier hinten die steine noch rum wappeln das habe ich euch gezeigt das ist nicht noch mal von unten gegen gekontert und das gefällt mir auch von der konstruktion nicht und damit haben wir hier echt viele punkte die dagegen sprechen und es ist schade dass man heutzutage noch bei alternativen klemmbaustein hier bei modbricks über sowas sprechen muss jetzt könnte ich natürlich einfach sagen das ganze bekommt keine kaufempfehlung und das einzige dass dieses set davor rettet eben gar keine kaufempfehlungen zu bekommen ist der preis ich meine 16 euro dafür ist mehr als fair auch mit den qualitätsmängeln ist es damit noch ein deal den man durchaus eingehen kann wenn einem das set am ende so wie es darstellt gefällt aber einen großen bauspaß kann man davon eben leider nicht erwarten und an sich könnte man das ganze ja hier beliebig oft erweitern und einfach noch mehr strandabschnitte ran bauen um noch eine größere frontlinie an diesem ohama beach zu zeigen das ist für ein display auch eine gute idee aber ich weiß nicht wer sich das set hier wirklich öfter als einmal antun möchte und deshalb gibt es von mir wenn ihr das so als display set putzig findet als endresultat und dazu gehöre ich trotzdem noch dazu eine kaufempfehlung für den preis das ist so ein set wenn ihr bei modbricks bestellt dann könnt ihr euch das noch nebenher mit in den einkaufskorb legen extra das bestellen und dann noch die versandkosten dafür bezahlen lohnt sich meiner meinung nach schon weniger ich bin auf jeden fall sehr gespannt wie sich die qualitätsprobleme bei modbricks in nächster zeit entwickeln werden vor allem durch die bluebricks übernahme was uns dann noch erwartet wir können denke ich da alle nur gespannt sein ich hoffe natürlich immer dass es besser wird und dass ich so ein set auch uneingeschränkt empfehlen kann ich hoffe wirklich sehr darauf wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt immer gerne eure meinung dazu in die kommentare würde mich sehr interessieren und wenn euch dieses video gefallen hat lasst wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick ein